Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen Venenmassagegerät bist, dann bist du hier genau richtig. Heute stelle ich dir 5 beeindruckende Modelle vor, die nicht nur zur Entspannung und Erholung beitragen, sondern auch die Durchblutung gezielt unterstützen und zur Linderung von Beschwerden beitragen können. Venenmassagegeräte sind ideal, um müde Beine zu revitalisieren, die Blutzirkulation zu fördern und bei der Erholung nach dem Sport zu helfen. Also, ohne weitere Verzögerung, lass uns direkt loslegen. Schau dir gerne die tagesaktuellen Preise, Kundenbewertungen und weitere Infos über die Links in der Videobeschreibung an. Das erste Modell, das ich dir vorstelle, ist der Venenengel 4 Basic. Dieser Klassiker ist besonders bei Menschen beliebt, die eine einfache, aber effektive Lösung zur Unterstützung ihrer Venenfunktion suchen. Der Venenengel 4 Basic arbeitet mit einer speziellen Luftkompressionstechnologie, die sich durch ihre intensive, aber sanfte Massage auszeichnet. Diese Kompression stimuliert den Blutfluss und kann helfen, Schwellungen zu reduzieren, was besonders für Personen, die viel sitzen oder stehen müssen, vorteilhaft ist. Die Anwendung ist dabei unglaublich einfach. Du schlüpfst in die bequemen Manschetten, stellst die Intensität nach deinen Bedürfnissen ein und schon kannst du eine wohltuende Massage genießen. Ein großer Pluspunkt ist auch, dass der Venenengel 4 Basic sehr leise arbeitet, was ihn ideal für die Anwendung zu Hause oder sogar vor dem Schlafengehen macht. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Das zweite Gerät, das ich dir heute vorstellen möchte, ist der Starkfeld Stark Boots. Die Stark Boots sind speziell für Menschen entwickelt worden, die eine kraftvolle Massage benötigen, sei es nach einem anstrengenden Tag oder intensiven Training. Dieses Modell bietet eine intensive Luftdruckmassage, die selbst tiefliegende Muskelschichten erreicht. Das Besondere an den Stark Boots ist ihre Anpassungsfähigkeit. Mit verschiedenen Intensitätsstufen und Programmen kannst du die Massage genau auf deine Bedürfnisse abstimmen. Das Gerät eignet sich perfekt für Sportler, da es die Muskulatur nach Belastungen optimal entspannt und die Regeneration unterstützt. Zudem sind die Stark Boots einfach zu bedienen und lassen sich flexibel einstellen. Sie kommen in einem stabilen und zugleich tragbaren Design, sodass du sie bei Bedarf auch problemlos mitnehmen kannst. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes haben wir den FitKing, ein Venenmassagegerät, das speziell für die Entspannung und Verbesserung der Durchblutung entwickelt wurde. Der FitKing ist bekannt für seine zuverlässige Leistung und benutzerfreundliche Bedienung. Mit verschiedenen Massageintensitäten und Modi kannst du deine persönliche Behandlung ganz nach deinen Wünschen gestalten. Dieses Gerät punktet besonders durch seine umfassende Beinmassage, die sowohl die Waden als auch die Füße einbezieht und damit eine vollständige Entlastung von den Zehen bis zu den Knien ermöglicht. Der FitKing ist besonders für Menschen geeignet, die nach einem langen Tag schnelle Erleichterung und Entspannung suchen. Dank seiner verstellbaren Manschetten passt er sich an jede Beinform an und sorgt so für eine optimale Druckverteilung. Die einfache Bedienung und die hochwertige Verarbeitung machen den FitKing zu einem beliebten Begleiter für die tägliche Entspannung. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit dem Venenengel 6, einer verbesserten Version des Venenengel 4 Basic, der durch noch mehr Komfort und Funktionalität überzeugt. Der Venenengel 6 ist ideal für alle, die eine intensivere und individuellere Massage erleben möchten. Mit sechs Kammern bietet dieses Modell eine erweiterte Abdeckung des gesamten Beins und sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung. Besonders hervorzuheben ist die zusätzliche Wärmefunktion, die in Kombination mit der Luftkompression für eine tiefergehende Entspannung und Linderung sorgt. Durch die Wärme wird der Massageeffekt verstärkt und die Durchblutung zusätzlich angeregt, was sich vor allem an kalten Tagen angenehm bemerkbar macht. Der Venenengel 6 lässt sich intuitiv bedienen und bietet mehrere Programme, sodass du die Massage ganz nach deinen Bedürfnissen gestalten kannst. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Zum Schluss werfen wir einen Blick auf den Normatec 3, ein Venenmassagegerät, das besonders im Profisport bekannt ist und für seine herausragende Qualität geschätzt wird. Der Normatec 3 bietet eine Kompressionstechnologie auf höchstem Niveau und ist ideal für diejenigen, die nach einer tiefen und intensiven Massage suchen. Mit individuell anpassbarem Programm und speziellem Modi für die Regeneration ist der Normatec 3 darauf ausgelegt, die Blutzirkulation gezielt zu fördern und Muskelschmerzen zu lindern. Die patentierte Pulstechnologie sorgt dafür, dass das Gerät in verschiedenen Wellenbewegungen massiert, was für eine besonders intensive Wirkung sorgt. Der Normatec 3 ist perfekt für Sportler und alle, die ihre Regenerationszeit optimieren möchten. Die einfache Bedienung, der hochwertige Aufbau und die präzisen Programme machen ihn zu einer exzellenten Wahl. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung.